Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke innerhalb den nächsten 5 Sekunden, wenn du auch gegen Krieg und Gewalt bist. Like das Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke genau jetzt. In diesem Video prank ich mit meinem Cousin meine Zuschauer. Wie findest du eigentlich so Wuri? Eigentlich geil. Hey, warum findest du den geil? Der ist voll unsympathisch und so, ne? Ja, was für dich, warum lässt du dir jetzt schon keine Hund älter? Er nutzt jeden aus, mit dem er Videos macht. Zu wem hältst du? Zu mir oder zu du? Wenn du das wirklich machst? Der ist ne verdammte Rat und macht mir nichts. Was geht ab, Lan? Was geht ab, Lan? Freunde, heute in diesem Video habe ich mit meinem Cousin It's Timo Zuschauer geprankt. Wir sind in andere Lobbys gejoint und Timo hat über mich abgelästert. Die Reaktion von meinen Abonnenten war einfach nur zu krass. Es war zu lustig. Die Lage wurde hops genommen. Schaut einfach nur selbst. Ach ja, schaut unbedingt bei It's Timo vorbei und schreibt so oft es geht euren Epic Games Namen unten in die Kommentare, dass ihr gemeinsam mal spielen könnt. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß mit dem Video. Einfach rein? Ja. Okay. Oh mein Gott, Bürr. Oh Allah. War easy. Der ist der erste Buri? Der fragt, ob du der erste bist. Der erste Buri. Was geht ab, Lan? Aber noch ein. Son, du bist drinne. Was geht ab, Bruder? Ist klar? Was sagst du da? Buri? Hast du Bock zu zocken? Ja. Ja? Ja. Ja komm, Bruder. Wie heißt du? Äh, Arm here. Ja komm, lass zocken. Oh mein Gott, wir haben push-and-talk, also nicht zu wundern, aber müssen drücken, damit die uns runnen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Lan, gib mir Peace, Lan. Gib mir Peace. Was geht ab, Lan? Alles klar? Wie geht's dir, Bruder? Gut, um dir? Auch super. Wie alt bist du? 13. 13? Ja, okay. Bist du stark in Fortnite? Äh, geht's auch. Geht's auch? Also, ja. Schaffst du dein Reibchen win? Ja, keine Ahnung, vielleicht. Okay. Guck mal, das Ding ist, ich hab gerade meinen Cousin Timur dabei. Ich geh kurz weg, das zockt einfach so lange mit dir, okay? Mhm. Okay. Dann könnt ihr euch auch kennenlernen. Ja. Oh mein Gott. Das wird zu gut, okay. Okay. Was geht ab, Lan? Hi. Wie heißt du? Oh, Digger. Ich? Amir. Amir? Ja. Amir, Lan, was geht ab, Lan? Oh mein Gott. Oh, Digger. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sag, weißt du, wo ich bin? Bist du, wo ich bin? Bist du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin? Bist du, wo ich bin? Bist du, wo ich bin? Hallo? Ich denke, ich bin ein Mädchen. Kennst du nicht jetzt, Timur? Nein. Buri hat mich gestreamt, nein. Warte mal, ich guck mal. Äh. Nein, wir sollen nicht gucken. Egal, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Okay. Okay. Wie findest du, Buri? Oh, Digger. Wie findest du eigentlich so, Buri? Eigentlich geil. Warum? Ich guck auch meistens seine Videos. Hä, warum findest du den geil? Keine Ahnung, Liga. Ich guck seine Videos, der ist lustig, ne? Lass mal, Francie, erstmal. Hä, der ist lustig? Der ist unsch lustig. Doch. Der ist eigentlich voll die linke Ratte, ne? Warum, Digger? Warum? Lass das jetzt. Ja, Digger, ich mach mal mit den Videos, Alter. Und da gibt mir nur nicht mal Geld, Junge. Warum sollte der? Da gibt mir nur nicht mal Geld, Alter. Was will der, Junge? Warum sollte der Geld geben, Liga? Ja, Junge, ich mach mit dem Videos. Ich will auch vielleicht belohnt werden. Brrr. Mach bloß dich drauf. Hä, Junge? Ja, keine Ahnung, Liga. Aber trotzdem, warum sollte der Geld geben? Muss er nicht sein. Digger, der ist ehrenlos, Wallah. Was hältst du, sagt man denn wirklich jetzt eine ehrliche Meinung zu dem? Magst du den? Der ist schon doch, der ist... Ich findest du nicht, der ist voll der Faker. Der kommt doch voll fake rüber und so, ne? Der ist voll unsympathisch und so, ne? Lagerst du, Digger? Warum lässt das jetzt schon... Ach, kein Bock, meine Schwester. Warum lässt das jetzt? Hey, Digger, red nur ran. Sag mal, warum ich lässt das? Kleiner Hund, Alter. Ich bin ein... Was für Hund, ey, bledige doch nicht. Erstmal bei den Blasen und jetzt auf einmal... Ach, Junge, fragst du mich, oh Allah. Hä, was für Blasen? Ja, Junge, erstmal gehst du... Junge, du bist einfach eine Ratte, Alter, Schwester. Hä, ich bin keine Ratte. Hä? Erzähl, ich bin keine Ratte, Junge. Nein, Junge, sag das denen nicht, ne? Oh, nein, Alter. Du sagst denen nichts, ne? Halt deine Fresse, Alter. Ich hoffe, meine Mutter, ich sag das. Nein, Junge, mach mal. Ja, Junge, mach mal. Fuck, nicht so schlecht. Ich hoffe, meine Mutter hat die Fresse und so eine Blasen. Ich bin, Junge. Hä, aber warum gefällt er dir denn so? Warum nimmst du dir in den Schutz, Bro? Hä, Junge, musst du in den Schutz nehmen, Junge. Ich sag einfach, dass du nicht lassen sollst. Hä, also nimmst du ihn nicht in den Schutz, also magst du ihn auch nicht. Hä? Ja, Junge, doch, ich mag ihn. Nicht auch diese Like-Intros immer ab, wo er immer diese 2 Minuten Werbung für sich macht und so. Richtig ab damit, Junge. Was sagst du dazu? Ja, wann machst du auch? Bist du YouTuber oder so? Hä, natürlich bin ich YouTuber, Junge. Ich hab 3000 Abonnenten. Ja, wann machst du das auch oder so? Komm, pleasant, komm, pleasant. Hä? Mach dir Mathe auch. Du machst das nicht. Hä, ich mach nicht so 2 Minuten Werbung. Ich fang direkt immer mit dem Video an, Alter. So, man, ich nerven. Da fällt doch richtig drauf rein, Alter. Fackst du ab, Alter. Oh mein Gott. Er sagt jetzt mal, er schafft uns so ein Blast und ich beitere ihm und so. Okay, okay, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Okay. Wie alt bist du überhaupt? Musst du nicht wissen. Warum muss ich das nicht wissen? Ist doch nur eine ganz normale Frage gewesen. Buri? Äh, hier kommt ein anderer rein, Scheiße. Was soll ich sagen? Welcher hat's? Buri? 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 Ja? Ich bin jetzt Timo. Ich bin jetzt Timo. Ey, Buri ist doch voll die Ratte. Was für Buri? Ich sitze dir. Was hältst du so ... Vum Buri? Was hältst du so von Buri? Buri? Buri, was äh, was du vor Ort? Warum? Warum magst du nicht Buri? Immer mit seiner Rapse? Keine Ahnung, Alter. Wie geht's? Ich lesellte, die ganze Zeit älter. Allem der End. Du kannst nicht mit dem reden. Wie sollst du es denen denn sagen? Der ist zu abgehoben dafür, Alter. Der ist zu abgehoben. Der ist frischer, Alter. Darum kommt er in meinen Lacken rein, ne? Ist Buri abgehoben? Er schlägt mich mal. Er schlägt mich immer. Immer wenn ich mit dem Videos mache, immer wenn ich mit dem Videos mache, er zwingt mich. Er sagt zu mir, wenn ich mit ihm keine Videos mache, wird er meinen Kanal löschen. Er ist richtig link und ehrenlos. Ja, genau. Alter, warum sollst du das machen? Ey, hey, Kevin, geh mal bitte raus. Ey, wieso? Geh einfach raus. Warum, Digga? Es hat Buri gesagt. Hammer? Ja, ja, Buri hat gesagt, er soll rausgehen. Warum? Ich kicke den. Er glaubt es. Finde ich, weil es Buri gesagt hat. Findet ihr auch alle seine Streamsnap-Videos voll scheiße? Alter, nicht besser, Alter, weil du so schlecht bist und von ihm killt wurdest, ne? Junge, Junge hat mich auch gestreamt, Alter. Der hat mit mir 300.000 Klicks gemacht, voll für Pader, Alter. Und der gibt mir nix, Junge. Du bist denn nicht wirklich? Du bist denn nicht wirklich? Oh mein Gott, du bist denn nicht wirklich? Du bist denn nicht wirklich? Was? Warte. Du bist denn nicht wirklich, der Buri auch die Nummer gezeigt hat. Du bist denn nicht wirklich? Nein. Ich bin, Alter, meine Nummer veröffentlicht. Und ich werde mich rächen. Ich bin gerade auf seinen... Alter, das ist wirklich was. Ich bin gerade auf seinen Account online und habe alle seine Daten vor mir. Soll ich einfach seinen Account taken? Nee. Nein. Ihr macht keinen einen, weil sie seinen Account haben. Ja. Hör mal zu. Und auch gar im Shopping. Keine Ahnung, wie das war. Nein, lass sie drinnen. Alter. Was? Warte, ist deine Real-Nummer, oder? Was sagt er? Ob es meine Real-Nummer war? Ja, das war deine Real-Nummer. Ja, Junge, das war meine Real-Nummer, Alter. Und ich werde mich rächen, Mann. Ich werde mich einfach rächen. Ich werde seine Nummer veröffentlichen. Ich werde sein Epic Games-Konto veröffentlichen. Du hast es rächen, Nummer nicht. Er nutzt jeden aus, mit dem er Videos macht. Er nutzt ihn einfach nur für Geld und Klicks aus, Alter. Er ist eine verdammte Ratte und mehr nichts. Ach, bist du, Junge? Du bist einfach ein kleiner Fick-Konto. Du bist ein kleiner Fick-Konto. Ich werde das nicht, Mann. Ich werde das nicht. Du bist ein bisschen. Mach mal, Alter. Keine Ahnung, Katze. Scopes. Ja. Hast du das Video gesehen? Ich bin der echte, Simon. Ja. Ich habe das Video. Ich bin der echte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scopes. Ja. Scopes. Zu wem hältst du? Zu mir oder zu Buri? Ich mache Buri eigentlich. Du mach... Aber warte. Wenn du das wirklich machst... Junge, der macht das nicht, Junge. Sei so... Deine glaubt. Deine glaubt. Mach. Der labert irgendeine Scheiße. Ja, der macht das. Junge, dieser A.K.A. Knex lügt, Alter. Würdest du lieber A.K.A. Knex oder den Cousin von Buri vertrauen? Sei mal ehrlich. Oh mein Gott. Du bist so eine Ratte. Ein Buri ist schon korrekt, aber wenn du das wirklich macht, ne, ehrenlos einfach. Der macht das nicht, der macht das nicht. Er schlägt mich. Er hat meine Nummer veröffentlicht, das reicht schon. Er hat meine Nummer veröffentlicht, meine Nummer. Das ist meine private Nummer. Da hat er bestimmt irgendeinen neuen geschenkt oder so. Hoff ich hält dir einfach. Haben die Schüler angeschrieben. Ey, ich hab schon nicken gemacht, ne. Hä? Junge, es reicht mir jetzt. Ich werd jetzt deine Nummer veröffentlichen, Alter. Es reicht mir jetzt, Alter. Wenn er meine Nummer veröffentlicht, werde ich auch seine Nummer veröffentlichen, Junge. Es reicht. Oh mein Gott. Jo, red mal einmal ohne, Alter, Alter. Alter. Was willst du machen, AKK-Nacks? Mach 1v1. Stopp. Bevor du mich in 101, ne, werde ich erstmal was sagen. Was ist ein Prank? Wir haben euch auseinandergenommen, Alter. Ihr seid im Video. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, nie im Video. Im Video. Nein. Wir haben uns voll mit dein Herz gemacht. Bruder, ich stoppe die ganze Zeit neben dir. Ehrenmänner, ich küsse eure Herzen, Jungs. Oh mein Gott. Oh, der ja. Oh mein Gott.